Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Heute mit Dalu, Maru, Shigo, Fisk, Kunran, Maxi, Nils, Toto, Liquid und Juli Versaal. Hallo. Die ganze Liste durchzugeben. Die ganze Liste durchzugeben. Die ganze Liste durchzugeben. Die ganze Liste durchzugeben. Das ist schwer durchzugeben. Hast du gerade gesagt, ich sterbe, weil ich tot bin? Nein, ich habe gesagt, wenn ich sterbe, war es Kunran. Achso. Weil wir übereinander an der Leiter gehangen haben. Immer diese Absicherung. Abgebrannt alles. Jetzt auch in der Teil abgedrückt. Hab ich jemanden verletzt? Wir sind abgedrückt, Leute. Werde gedrückt. Kunran wollte abdrücken. Ist er am drücken, Juli, oder was? Ne, Kunran. Kunran ist am drücken. Ich bin am Drücker. Hau dich, Maru. Alter, wer ist das? Das Nils hat gerade auf Liquid gehauen. Was habe ich? Ich glaube, du hast gekauft. Aha. Oh, der Käufer, ey. Dalu hat die Double Pistols, er hat noch eine in der Schock. Hey, Liquid! Liquid ist ein... Liquid? Liquid ist ein böse Weg. Liquid? Liquid ist ein böse Weg. Ich habe ihn. Wir müssen dann noch schauen, was passiert. Er lebt mir da! Er steht genau neben mir! Du hast ihn gekillt, sagst du, und du stehst direkt neben ihm. Genau neben mir gespielt. Ich bin übrigens wieder da, ne? Hallo. Ach, du bist wieder da, ne? Ich habe gerade dein Leicht gesucht. Ja, ich habe gedacht, ich höre noch nicht auf. Ich mache nochmal weiter. Wieso war du halt? Was? Tau, tau, bist du wieder da? Tja, bist du ein schönes Geschenk mit dir. Ach, das steht hier gewesen. Da wird es einem immer warm. Oh, oh, oh. Jetzt im Sommer. Oh, oh, oh. Was sitzt, habe ich gehört? Tür ins Gesicht. Sorry. Warum? Weil ich Scherze mache. Ich bin nicht TauTau selbst. Weil ich lustig ist. TauTau. Dalu, go ahead by the way. Sobald TauTau seht. Dalu ist safe. Dalu ist safe. Dalu ist safe. Dalu ist safe. Dalu ist auch safe. Halt, stopp. Wow, Juli. Das war cool. Ja, gell? Machen wir das nochmal. Komm. Warte mal, wer hat Dalu gekillt? Der war doch safe. Piss. Dalu hat ein Fanship geschossen, deswegen musste sterben. Ja, aber doch auf TauTau. TauTau war schon 5 Minuten tot. TauTau ist gar nicht tot. Wo ist TauTau tot? Wer tötet hier wen? Ich glaube, hier ist Mr. Fisk auf einen gewissen Namen gehalten. Nils frei zum Abschluss, oder? Den hatte ich von TauTau vorher. Den habe ich vorher schon. Ne, weil du ihn nicht auf ihn geschossen hast. Wo liegt Dalu? Dalu, okay. Dalu liegt hier oben. Rechts. Aber Fisk ist wenigstens auch tot. Wir haben eine Bombe am Start übrigens. Wo denn? Wo? Bei dir oder was? Bei mir in der Nähe. Wo bist du? Bei mir in der Nähe. Hier Schick und hier. Ja, da ganz hinten war die. Hier unten. Gab sie wieder? Schigo hier drüben. Ja, Nils wurde gerade weggefetzt. Was? Hier drüben ist er. Irgendwas explodiert. Achso, das sind die Fässer da oben. Ne, die waren alles im Kopf. Der kleine Raum da. Wo ist hier drüben? Der kleine Raum da. Ja. Warte, du warst doch eben auf der linken Seite. Er genau hier. Hier? Na, hat das Nils erwischt. Ganz charmant. Hier oben. Ganz charmant. Ganz charmant. Mach keinen Scheiß, Juli, du bist tot. Mach den Nils erwischt. Das ist schön. Viel Spaß. Warte, komm her. Ach, du hast Waffen. Ja, ich habe nur so eine Scheiße. Ähm. Wie hier, warte? M ist alles noch. Da, Shotgun. Hier, hey. Ich glaube, der letzte, der hier noch nicht drinne ist, könnte was Böses vorhaben. Es sind zwei Leute aber noch. Da unten ist Maxi. Das ist eine. Alles klar. Nein, das ist keiner. Maru? M. Kunran? Kunran schießt. Was? Grinch schießt. Alle mit M? Wie ist das? Auf Maru? Ja, Maru ist es. Mach den fertig. M. Nein. Halt, es könnte auch Maxi sein. Maxi und Maru, duelliert euch. Lügner, ne. Maru ist tot. Kunran, Kunran. Warum? Aber halt, ne. Maru ist tot. Mit Maru überlebt ist die Frage. Der wurde wieder... Na, leg nen Boomerang auf dem Laufband. Die war unschuldig. Alles klar. Er hat nen M gemacht. Ja, Grinch. Nein, nein. Ich war nur nicht fertig. Ich wollte zuerst Oda an die Wand schreiben. Ich wollte Maru und den Kuh dran schreiben. Dafür ist keine Zeit. Juli! Da hab ich halt angefangen. Aber als mein M fertig war, sind alle weggeraten. Da war Grinch und weg. Hey, ich wollte nen Boomerang. Wer war zuerst und hat mir geholfen Daru zu töten? Ich hab Daru getötet. Bis! Zum Glück hab ich nur einmal auf Maru geschossen. Ja, du hast dich geschossen. Ich hab zwei Traitor erschossen vorher. Ja, ich hab Tautau erschossen. Tautau hat dich gekillt. Wem willst du das denn erzählen? Du bist respawnend. Ja. They call me Superman. Call me maybe. Akimbus. Yay! Bitte. Oho. Ohohohoho. Nice! Das war ein Traitor, oder? War das ein Traitor? Jolie, nein! Jolie, nein! Nein! Ich leb ja doch noch. Alles gut. Jolie hat wiederbelebt. Wir müssen die... Nein, ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Igor hat es auf die Fässer geschossen. Sie waren auch so jung. Es hat auf einmal alles gebrannt. Warum musste ich brennen nicht? Wir haben alle gebrannt. Hey, warum ist da unten Blut? Da unten ist schon einer mega verletzt. Ey, ey, ey! Da schließt einer. Na, ich auf die komischen Gedöns. Ich glaub, da unten ist ein Mord passiert, Tautau. Ja, auf den Fasten. Ohohoho. 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 Ganz da unten im... Ohohoho. Im Schnetzler. Ohohohoho. Glaubst du nicht, er da irgendjemand durch den Schnetzler durchgegangen ist? Das ist dann einer im Schnetzler, ja? Im Schnetzler hat sich grad jemand bewegt. Ein Schnitzler. Das sind die letzten Zuckungen. Der Schnitzler. Mmh. Schnitzler. Schnitzler. Schnieblotter. Wird immer schlimmer, das Wort. Aha! Jetzt haben wir dich aber, ne? Der Schnitzler, mach ich das ne Wurst. Das ist schon wieder Fiss. Ach, Tautau, du musst die Leiter noch benutzen. Das ist die Wurst. Nee, Tautau, er hat die... Nicht richtig rausgefunden. Ich wollte hier runtersurfen, halt. Okay. Surfen USA. Wer shoppt denn da oben? Julie shoppt bestimmt. Ich gucke! Der Schnetzler ist safe. Du shopst. Ha! Nein, ich shopp nicht. Ich glaub, ein Trailer, die Runde ist Nils. Kann den mehr blitzen. Oder Kunran, weil nix passiert. Nein, nein, davor schon, aber... Also, das war relativ früh. Was denn? Warte mal, hier war doch eben noch ein zweiter, oder nicht? Ja, Tautau, der ist hinter dir. Kunran, der DT-Tretter. Das ist auch, der ist tödlich, der aufzug. Nur, wenn man ihn aufm Kopf kriegt. Und wenn du es wirklich bist, das kommt raus, dann weiß ich auch, wer dein Partner ist. Partner. Also, einer zumindest. Hoi! Was machst du mit der Leiche, Maxi? Hoi, Kao! Den Schnetzler reintun. Iiii! So tötet Menschenkram. Alles wird aus Hack gemacht. Hugo wird zu Hack gemacht. Er hat hier gerade geschossen. Hugo ist Hack... Hast du das gefunden, was du sagst? Hey, das hab ich genau gesehen, Julie. Ich suche hier diese Schuhe für dich. Ich komme um den Betrag abzulehnen. Du stirbst nicht. Ich suche hier etwas. Was war das für ein Wurf? Ich muss meinen Wurf einmal wieder trainieren. Da unten steht er noch mit der Taube! Maxi ist ausvollziehen! Nein, nein, nein! Die Taube ist verpackt! Oh shit, der lässt noch was fallen. Der grenzt wohl weggesprengt von Maxi. Der muss noch was rausdrücken. Ja, wo war er jetzt? Kann ich die Taube mitnehmen? Das ist eine Backtaube. Achso. Eine Backtaube? Zum Backen. Backen, ja. Ja, Maxi ist vorbei. Du Spasti, hast du vergessen. Das wollte ich nicht sagen. Das ist es Nils. Das ist Nils. Das ist Nils. Nils hab ich geschossen. Nils und Fisschen geblitzt, Leute! Ihr wisst. Das war ein Angriff auf TauTau, glaube ich. TauTau, lebst noch? Nils war vorher schon Balustrade. Hier ist immer noch der Balustrade oben. Hier ist immer noch der Balustrade oben. Jetzt ist es in dem Raum mit den ganzen Gascontainern. Alter, wie hieß das nochmal hier? Omaha Beach? Wir müssen hier angreifen. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Loll. 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 Outplayed. Jetzt darf ich aber wieder reden, obwohl ich geblitzt wurde, oder? Nein. Nein, machen sie nicht. Du lebst ja alles. Aber seid ihr die Letzten? Seid ihr Wayne? Sind wir. Sicher? Ja. Ja. Ich belebe aber meinen stärksten Spieler grad wieder. Oh man. TauTau. Ihr habt keine Chance, Leute. Jetzt geht's dir nicht rund. Los! Bin wieder da. Ja, du darfst ja... Achso. Sie darf ja nicht reden. Du eine starke Spielerin. Kannst du ja nicht weit sein. Juli. Kann doch wirklich nichts mehr sein. Ja, da, hier. Hier drin. Waaah! Fail! Nein, es geht verkehrt rum. Nein! Kommen wir hier in den Raum. Alles klar. Oh man... Das Spiels hat mal so eine verdient einfach. Die Plasma hat die Sp element. Die war echt super, die Plasma- Du bist einfach kleben bei dem Stahl, was soll das denn? Du sollst einfach in der Luft hängen, Annius. Ich bin dann einfach hinterhergegangen. Aus meinen toten Händen ist noch die Taube entglitten. Bin kurz afkar. Ich erschieße dich. Du und Fiskar zählst. Das waren die beiden, die ich am Anfang gesehen habe. Wie denn? Du bist aus dieser Tür rausgekommen ohne Waffen und hast halt durchgeswitcht. Ich denke, du hattest halt am Anfang oben irgendwas gekauft. Ob das jetzt in der Hand hast, ist das nicht sehr egal. Auf jeden Fall kamst du an Abend raus. Und dann hab ich geguckt, wem du da hinterhergelaufen bist. Weil sonst hätte ich gedacht, dann hättest du ja erschossen. Das war Fisk. Und dann kamen aber drei Leute von vorne. Fisk hab ich gar nicht wahrgenommen. Hat die Degel ne neuen Skin bekommen? Aber mit dem anderen hattest du recht, weil ich nen Deadwinger angemacht hab. Ja, ja, genau. Und dann stand halt Fisk genau vorne. Wenn ihr hochkommt, wer schockt. Hör da! Nicht da hochgehen! Hey, 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 ho! Die Person. Ich hab dich gesprengt. Ja, aber... Ist es entschärft? Jetzt. Oh nein, der Dete kommt da hoch. Der Dete kommt da hoch. Aber diesmal muss ich nicht machen, auch wenn ich dazu gekommen wär. Oh, Fisk. Kannst du mal Grenzen runterschubsen? Ja, los, komm hoch. Deine Stahlrüber hat Schaden gemacht. Jürgner, ich seh dich! Was macht ihr denn hier? Wirklich? Oh, ole, ole, ole! Au! Ab aufs Laufband, ihr! Meine Dete sieht voll komisch aus. Die hat es sieht aus, als hättest du sie in den Toilettenroller aufgeklebt bekommen. Schade. Oh, der will nicht propkillen! Nee, guck, wir machen ein Bettrennen. Oh! Oh, tot! Oh, Shigo! Oh, los! Oh! Macht er dann bald! Fuck! Wer hängen bleibt? Wer hängen bleibt? Hängen geblieben! Wow! Eine Brandgranate! Liquid, wo bist du? Hier! Da war das ein Boomerang-Rance! Das war die Autoschaden. Okay. Ja, aber die sind auch weiß. Die Disco und die Disco kriegt jetzt ab. Nee. Was war das? Es könnte auch die Degel gewesen sein, weißt schon, Maxi. Der Degel. Die Degel sieht echt komisch aus. Bei mir sieht die Degel komisch aus. Sie ist gelb irgendwie. Ey, wer schießt hier auf mich? Nils? Nils hat mit der Shotgun geschossen. Ja, dann ist es Nils. Nicht wahr. Ich hab nur ne Sort of. Das hätte man gehört. Ich hab nur ne Sort of. Das ist keine Shotgun. Das ist keine Shotgun. Also, jemand hat mich mit der Shotgun angeschossen. Aber Nils hat nur ne... Dalo! Füßgat! Nein! Er hat den Boomerang, Leute! Nicht! Ey, Juli, was machst du denn? Was? Wieso hast du auf Tautau geschossen grad? Ich wollte auf jemand anderen. Tautau, wurdest du angeschossen, ja oder nein? Checkt mal oben und unten die Ein- und Ausgänge, Leute. Sicher, nicht von der Seite. Ich hab sie nicht mitgekriegt im Eufer des Gefächtes. Weil ich meine, Juli hat nämlich auf dich weiterhin geschossen. Ja, ich dachte, ich hätte auf den anderen geschossen. Ich dachte, ich hätte auf den anderen geschossen. Die waren 10 Meter aus dem Land. Check die Spawn. Ja, oben und unten. Ich tupen das Maru, by the way. Da muss ein Pferd kommen. Wer läuft jetzt von hinten? Hahaha! Nicht mit mir! Das kannst du mit den anderen machen, aber nicht mit mir, ey. Der war hier hinten. Ich hab die Credits jetzt aus Versehen schon genommen. Hallo! Ja, ja. Hm, schade. Achso, Gwen, sowas aber auch. Sowas aber auch. Ey, wer schießt auf mich? Ey. Ja, wer wird geschossen? Oh, Fisk, wär doch schade, wenn der auf dich schießt. Wer hat ihn jetzt eigentlich geschötet? Schade. Wär echt schade. Ey, Nils, der hat doch vorhin schon auf mich geschossen, ey. Ist nur ein Bildschirm. Hallo Maru. Du weißt es dir, indem ich den Traitor Fisk töte. Ich hab Dalu getötet. Ich hab Dalu auch gekillt. Ich hab Dalu das zweite Mal gekillt. Also, Fisk, Fisk und Dalu haben sich doch duelliert hier. Ja, genau. Was ist das Doncher über Nils? Nils ist es bestimmt. Nils ist es. Er hat irgendwas vor. Da oben ist einer gestorben. Aber Dalu hatte Nils in Verdacht. Brenn in der Hölle. Siehste, ja, Juli macht sogar Sinn, weil die vorhin schon mal auf Tautau geschossen hatte. Hat Juli grad einfach zwei Leute getötet? Anscheinend. Doch wird sich Headtrade? Vielleicht. Ja. Habt ihr sie jetzt identifiziert? Nein, sie ist wiedergekommen, glaube ich. Juli kauft doch keinen Deadringer. Nein, aber an Dingens hat sie, glaube ich. Und da ist die Falle losgegangen da oben. Die ging gegen mich. Juli ist, Juli ist hier unten, die ist wieder respawned. Juli ist unten. Was? Unter mir wurde einer abgeknallt. Uhahaha. Maru ist es. Quatsch. Maru ist der andere. Er ist unten auf dem... Hey, den hab ich ja wohl gefangen, ey. Tautau, pass auf! Liquid, pass auf! Au! Nice. Oh, schau. Maru, ich hätte dich vorhin einfach abschießen sollen nach dem Kopfschuss, der daneben ging. Bis zum nächsten Mal, Leute! Maru! Tschüss.